Hallo liebe Sternen, Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu diesem Special über Jupiter im Schützen, Abenteuer und Verheißung. Es macht wirklich Freude über die Energie von Jupiter im Schützen nachzudenken, denn es ist eine strahlende und verheißungsvolle Kraft. Im ersten Teil des Videos werde ich darauf eingehen, welches die wunderbaren positiven Aspekte dieser Kraft sind, aber auch welche Kehrseiten sie hat, denn im Schützen ist die Jupiter Power super stark und das kann auch mal aus dem Ruder laufen. Außerdem haben wir 2019 spezielle Konstellationen mit Jupiter und Neptun, die unglaublich verführerisch sind, aber uns zeitweise den Sinn für realistische Entscheidungen vernebeln. Dazu werde ich euch gleich was aus meinem Jahrbuch für 2019 vorlesen. Im zweiten Teil des Videos gehe ich dann darauf ein, wie sich der Jupiter Transit für die zwölf Sternzeichen beziehungsweise Aszendenten auswirken wird. Und ich habe ein Geschenk für euch, eine spezielle Jupiter-Beratung zum Sonderpreis. Mehr dazu erfahrt ihr später im Video, deshalb bleibt dran. Jupiter im Schützen müsst ihr euch als Himmelsstürmer vorstellen, als Visionär mit hochfliegenden Plänen und großen Ideen. Um die lästigen Details der Umsetzung kümmert er sich nicht so gerne. Er nimmt lieber die große Perspektive ein, den Blick von einem Gipfel über das weite Land und malt sich aus, wie dort seine kühnen Pläne Gestalt annehmen. Als Planetengott entspricht Jupiter ja dem Gott Zeus, der laut der griechischen Mythologie vom Berg Olymp aus den Götterhimmel regierte. Und wenn Jupiter sich in seinem eigenen Zeichen Schütze befindet, ist er gewissermaßen zu Hause auf dem Olymp in seinem Reich. Das ist ein Zeichen dafür, dass der Glücksplanet im Schützen seine Kräfte voll entfalten kann. Jupiter im Schützen ist eine Konstellation, die Fröhlichkeit, Party, Abenteuer und Spaß mit tollen Leuten verspricht. Weil er uns auch Mut und Optimismus schenkt und nach dem Sinn unseres Tuns streben lässt, bringt er neue gesellschaftliche Perspektiven hervor. Er wird die Evolutionsagenten und die spirituell Suchenden unterstützen. Die Hoffnung auf eine bessere Welt ist sozusagen sein Metier. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass Jupiter in der klassischen Astrologie, bevor Neptun entdeckt wurde, auch über das Zeichen Fische herrschte. Das bedeutet, dass ihm auch der Bereich Glaube, Spiritualität und Religion zugeordnet war. Und einiges davon finden wir auch heute in seinem Wirkungsbereich. Jupiter im Schützen lässt uns wieder an Wunder glauben. Der Schütze hat aber auch eine wilde Seite. Er ist ein Feuerzeichen und ein Jäger. Und wenn er sich für eine Sache begeistert, steht er gewissermaßen in Flammen. Deshalb dürfen wir mit dem Durchgang von Jupiter durch den Schützen durchaus auch mit großen Gefühlen und dramatischen Liebesgeschichten rechnen. Die Abenteuer, die Jupiter verspricht, können wilder und größer ausfallen als sonst. Spontan werden imposante Pläne gemacht und man stürzt sich in Wagnisse, ohne sich unbedingt sorgfältig vorzubereiten. Da kann euch meine berühmte 90-Tage-Regel sehr nützlich sein, wenn ihr eine neue Liaison beginnt. Wartet drei Monate, ehe ihr euch tiefer einlasst. Damit könnt ihr euer Herz oder auch das andere vor großem Liebeskummer schützen. Jupiter herrscht im neunten Haus, in dem wir die Lebensphilosophie finden, das, was uns wichtig ist und an das wir glauben. Außerdem ist das neunte Haus ja der Bereich der Reisen und des Fernwehs. Man sagt ja immer, Menschen mit starker Betonung im Schützen oder im neunten Haus sehnen sich nach der Ferne, Reisen gern und das stimmt auch meistens. Verbunden damit ist auch wieder das Abenteuer, der Aufbruch ins Unbekannte, die Suche nach neuen Horizonten. Und Menschen mit starkem Jupiter oder Schützen umweht ja auch häufig ein Hauch von Abenteuer. Ständig scheinen sie auf der Suche zu sein. Nach der Wahrheit, nach Freiheit, nach dem Sinn des Lebens, nach einer großen Vision, nach der Erleuchtung oder nach der Liebe. Aus unseren Kindermärchen kennen wir ja die Figuren der unbekümmerten Glücksritter und Abenteurer, die sorglos in die Welt hinausziehen und das Glück suchen und sich dabei oft genug naiv von gerissenen Gaunern über den Tisch ziehen lassen oder von grimmigen Herrschern weggesperrt werden. Das gehört dann zu den Schattenseiten der schönen und glücklichen, strahlenden Schützeenergie, nämlich eben die Sorglosigkeit und Naivität. Pläne und Ziele werden nicht auf ihre Realitätstauglichkeit überprüft, lästige Details werden großzügig übersehen und es wird gern mal das Blaue vom Himmel herunter versprochen. Einfach aus der momentanen Begeisterung heraus. Ihr könnt euch vorstellen, dass die große Begeisterungsfähigkeit der Schützeenergie auch zur Übertreibung und sogar Maßlosigkeit führen kann. Auch das ist eine Kehrseite Jupiters. Zu viel von allem. Wir übertreiben und lassen es uns zu gut gehen. Das werden nicht zuletzt diejenigen merken, bei denen Jupiter demnächst über den Aszendenten oder über die Sonne läuft, denn unter dem Einfluss von Jupiter nimmt man einfach schneller zu als sonst. Wenn ihr also Schütze oder Schütze-Ascendent seid, müsst ihr in den kommenden zwölf Monaten das tun, was Jupiter eigentlich nicht so gerne tut, nämlich Maß halten. Für Diäten und Hungerkuren ist das keine gute Zeit, denn Jupiter ist das Gegenteil von Mangel und Entbehrung. Aber man sollte sich unter einem Jupiter-Einfluss zumindest sehr gesund ernähren, weil eben alles, was man dem Körper zuführt, sehr stark aufbauend wirkt. Jupiter liebt den großen Maßstab und verliert ein wenig die nüchterne Realität aus den Augen. Für die ist ja Saturn zuständig und der gilt als Spaßbremse. Jupiter dagegen ist der Spaßfaktor schlechthin. Der Ruf, witzig und schlagfertig zu sein, eilt den Schützegeborenen voraus und das zu Recht. Tatsächlich verbinden wir mit der Schützekraft auch einen mitreißenden Humor, der sich aus der Gabel speist, großzügig über sich selbst und über Situationen lachen zu können. Verbunden damit ist auch die Fähigkeit, selbst unter schwierigen Umständen optimistisch zu bleiben und den Kopf oben zu behalten, mit Hilfe eines unerschütterlichen Humors und des Glaubens an das Gute. Im Zusammenhang mit Jupiter im Schützen müssen wir auch noch das Thema Gerechtigkeit ansprechen. In der griechischen Mythologie ist Zeus nicht nur der Chef im Olymp, sondern auch der höchste Richter und so gilt Jupiter auch als Symbol für Gerechtigkeit und Glück in rechtlichen Auseinandersetzungen. Tatsächlich werdet ihr feststellen, dass die meisten Schützegeborenen oder Menschen mit starkem Jupiter von einem Wunsch nach Gerechtigkeit beseelt sind und gerne sehen würden, dass alle Menschen die gleichen Chancen haben. Eng damit zusammen hängt auch das Thema der Bildung, was ebenfalls eine Domäne von Jupiter und des neunten Hauses ist, und zwar die höhere Bildung. Die Schulbildung bis zum Abitur verorten wir im dritten Haus bei den Zwillingen, aber die höhere Bildung, also wenn wir danach streben, uns durch Studium oder Lehre weiteres Wissen anzueignen oder auch, wenn wir später im Leben Kurse und Seminare besuchen, dafür ist Jupiter zuständig. Und dazu gehört auch die Herzensbildung, die man erfährt, wenn man reist und viel von der Welt sieht, wenn man wahrhaft seinen Horizont erweitert. Denn Jupiter ist ein Symbol für das Streben nach Weisheit und er gilt auch als Archetyp des charismatischen Gurus. Problematisch wird es dann, wenn die starke Jupiter- und Schützepower zu sehr von sich selbst eingenommen ist und glaubt, wie es so schön heißt, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben. Das ist auch so eine typische Schützeproblematik. Durch diesen Blick von oben auf die Weite und auf der Suche nach der neuen Perspektive kann man eben auch schnell mal einen Blick von oben herab einnehmen und dann wird man herablassend und vielleicht sogar arrogant. Ihr seht, Jupiter im Schützen ist eine facettenreiche Energie. Strahlend, schön, erfreulich, positiv und aufbauend, aber eben auch mit Herausforderungen. Man muss diese Energie im richtigen Maß handhaben. Dann kann man sie genießen und mit ihrer Hilfe optimistisch in die Zukunft schauen, neue Abenteuer erleben und vielleicht sogar Momente der Erleuchtung finden. Jupiter wandert vom 8. November 2018 bis zum 2. Dezember 2019 durch den Schützen. Während dieser Zeit haben wir den besonderen Fall, dass er zwischen Januar und September 2019 eine Spannung zu Fantasieplaneten Neptun bildet, der in den Fischen steht. Und wenn diese beiden Planeten zusammenkommen, ist das eine Art spirituelle Superpower, die Suchende in neue Dimensionen der Spiritualität führen kann. Aber es treffen eben auch die Prinzipien der Übertreibung und Verführung aufeinander. Ich möchte euch jetzt aus meinem Jahrbuch für 2019 zitieren, was ich über diese Konstellation geschrieben habe. Jupiter im Schützen ist ein Wegweiser, der uns optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Und Neptun in den Fischen führt uns zu spiritueller Einsicht und lässt uns die Verbindung zu allem, was ist, erkennen. Gemeinsam mit Chiron, der ab Februar durch den Widder läuft und dabei sozusagen die Fahne hochhält und sagt, hier geht's lang, zeigen diese kosmischen Kräfte, dass alle Evolutionsagenten unter uns stark gefordert sind, die neuen Entwicklungen zu begleiten und zu unterstützen. Je bewusster wir mit der kosmischen Weisheit umgehen, desto reicher und spirituell bedeutsamer werden wir das Jahr 2019 erleben. Die Verbindung von Jupiter und Neptun ist nichts weniger als das Potenzial zur Erleuchtung und auch das Potenzial, die große Liebe zu finden. Doch damit wir die Bodenhaftung nicht verlieren, müssen wir uns damit konfrontieren, dass diese wundersame Konstellation auch ihre Tücken hat. Denn Jupiter und Neptun formen zwischen Januar und September 2019 einen Spannungsaspekt und der kann auch die negativen beziehungsweise unwägbaren Seiten dieser Konstellation hervorbringen. Sie kann uns dazu verführen, uns treiben zu lassen und darauf zu vertrauen, dass der Kosmos schon alles richten wird, ohne dass wir planvoll vorgehen und uns dafür anstrengen müssen. Sie kann auch dazu führen, dass wir uns dem rauschhaften Vergnügen hingeben, denn sie bietet große künstlerische, musische und erotische Verlockungen, ist verschwenderisch und enthält einiges Suchtpotenzial. Ähnlich einer großen Liebe, der man sich hingeben möchte, ohne sich um die Verpflichtungen des Alltags zu kümmern. Es kann uns passieren, dass wir schlechte Entscheidungen treffen, den falschen Leuten vertrauen oder unsere Zeit mit scheinbar vielversprechenden Projekten verschwenden, die sich nachher als Luftschlösser erweisen. Außerdem laufen wir Gefahr, über unsere Verhältnisse zu leben und uns zu verschulden, weil wir mehr Geld für Vergnügen und schöne Dinge ausgeben, als wir besitzen. Deshalb ist es sehr wichtig, dass wir bodenständig und geerdet bleiben. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis von dem Erleuchteten, der stets einen schweren Sack über der Schulter trug. Er wurde von einem seiner Schüler gefragt, was denn die Erleuchtung sei. Woraufhin er lächelnd den Sack von der Schulter nahm und sich des Gewichtes entledigte. Der Schüler glaubte, verstanden zu haben, aller irdischen Bürden entledigt zu sein, das sei die Erleuchtung. Dann fragt er den Meister, und was kommt nach der Erleuchtung, wie geht es dann weiter? Darauf lächelte der Meister erneut und lud den schweren Sack wieder auf seine Schultern. Tja, so ist das mit der Erleuchtung. Wir können sie nicht festhalten und auf ihren Schwingungen davon schweben, sondern sie nur in uns tragen und trotzdem unser Tragewerk erledigen und unsere Verantwortung schultern. Für diese Erkenntnis sind Saturn und Pluto im Steinbock zuständig. Glücklicherweise wird sich Saturn über weite Strecken, nämlich zwischen Januar und November, positiv mit Neptun verbinden und uns dabei helfen, die Kräfte der Erleuchtung und Inspiration ins tägliche Leben zu integrieren. Soweit der Auszug aus meinem Jahrbuch 2019, das dieser Tage erscheinen wird. In dem Jahrbuch beschreibe ich ausführlich die Auswirkungen der Spannung von Neptun und Jupiter für diejenigen Sternzeichen, die davon besonders betroffen sind, nämlich die Zwillinge, Jungfrauen, Schützen und Fische. Außerdem findet ihr darin alle Geburtstagskinder, die wichtige Einflüsse empfangen. Die Infos, wie ihr das Buch bestellen könnt, packe ich euch mal unten in die Videobeschreibung rein. Gleich wollen wir uns anschauen, wie sich der Jupiter-Transit für die zwölf Sternzeichen bzw. Aszendenten auswirkt. Natürlich kann es sinnvoll sein, euch in einer persönlichen Beratung über die Wirkung des Jupiter-Transits zu informieren und vielleicht auch, ob die Spannung zwischen Jupiter und Neptun für euch persönlich problematisch wird oder ob ihr einen speziellen Superglücksaspekt habt, nämlich wenn der laufende Jupiter jetzt im Schützen ein sogenanntes Trigon zu eurem Geburtsjupiter bildet. Dafür müsste ich Einblick in euer individuelles Geburtshoroskop haben, um das zu beurteilen. Dafür ist mein besonderes Geschenk da, die spezielle Jupiter-Beratung. Da erfahrt ihr alles über die segensreiche Wirkung von Jupiter in eurem Horoskop. Eine halbe Stunde Gespräch mit mir inklusive Mitschnitt als MP3 zum Sonderpreis von 80 statt 115 Euro. Unten in der Videobeschreibung findet ihr einen speziellen Link, der euch zu diesem Angebot führt. Es ist nur für eine begrenzte Zeit gültig, deshalb entscheidet euch schnell. Bevor wir zur Deutung für die Sternzeichen kommen, gebe ich euch hier noch die Daten, wann Jupiter durch welche Dekade laufen wird. Vom 8. November bis 23. Dezember 2018 durch die erste Dekade, dann vom 23. Dezember bis 15. Februar 2019 durch die zweite Dekade, dann vom 15. Februar bis 15. Juni 2019 durch die dritte Dekade und dann wird er rückläufig und läuft vom 5. Juni bis 12. Oktober nochmal durch die zweite Dekade und dann schließlich vom 12. Oktober bis 2. Dezember 2019 durch die dritte Dekade des Schützen. Am längsten hält sich Jupiter in der zweiten und dritten Dekade auf, wo er auch zwischen Januar und September 2019 in dieser Spannung mit Neptun steht. Und jetzt schauen wir uns Jupiters Reise durch die zwölf Häuser an und welche Aspekte er zu eurem Sternzeichen bilden wird und wir beginnen mit den Widergeborenen und Wideraszendenten. Glücksplanet Jupiter wird aus dem Schützen heraus einen sehr vorteilhaften Aspekt zur Widersonne bilden und durch euer neuntes Haus der Reisen und der Abenteuer wandern. Ihr erfreut euch großer Beliebtheit und bekommt bestimmt viele Einladungen, vor allem von den Freunden und Bekannten, die weiter weg wohnen oder vielleicht sogar ins Ausland gezogen sind. Nutzt dieses Jahr auch, um selbst Freunde und Bekannte zu besuchen, die weiter entfernt leben. Ihr werdet euren Spaß daran haben und die Verbindung vertiefen und festigen. Für die Singles unter euch steckt hier auch viel romantisches Potenzial. Neue Flirts ergeben sich und gedeihen besonders gut, wenn ihr euch in die Ferne begebt und Neues dazu lernt. Der Jupiter Transit zeigt auch neue berufliche Chancen an und ist finanziell günstig, zum Beispiel durch die Auszahlung von Boni oder sonstigen Extras, sei es, weil eure Firma insgesamt erfolgreich ist oder, falls ihr selbstständig seid, eure Umsätze und Verkäufe steigen. Und weiter geht es mit den Stiergeborenen und Stieraszendenten. Für euch wandert Jupiter aus dem direkten Aspekt in eurem Partnerhaus heraus und geht ins achte Sonnenhaus. Das kann sich finanziell vorteilhaft für euch auswirken und ist auch günstig für eure festen und verbindlichen Beziehungen und Werte, die ihr mit anderen teilt. Wahrscheinlich wird euer Einkommen insgesamt steigen. Ihr könnt auch gute neue Geschäftspartner finden oder Allianzen bilden, die sich auszahlen. Möglich auch, dass ihr dieses Jahr etwas erbt oder dass ihr eine Auszahlung bekommt, zum Beispiel durch eine Versicherung oder eine Steuerrückzahlung. Wenn ihr fest liiert seid, wird eure Beziehung von diesem Einfluss profitieren und kann sich auch in erotischer Hinsicht weiterentwickeln, vertiefen und festigen. Für Stiergeborene, die sich für Magie, Okkultes und Geheimnisse interessieren, ist der Jupiter-Transit wunderbar geeignet, um in diesem Bereich zu forschen und neue Erkenntnisse zu bekommen. Jetzt schauen wir bei den Zwillingen und Zwillinge-Ascendenten. Für euch wandert der Glücksplanet durch euer siebtes Sonnenhaus der Partnerschaft. Ihr seid beliebt und es fällt euch leicht, neue Kontakte zu knüpfen. Man macht euch Anträge und Angebote, sowohl geschäftlich als auch privat. Wenn ihr verliebt seid und einen netten Partner habt, dürft ihr auch mit einem Heiratsantrag rechnen oder vielleicht plant ihr bereits eure Hochzeitsparty. Singles dürften keinerlei Probleme haben, interessante Kandidaten kennenzulernen. Allerdings kann die Spannung zu Neptun eure Fantasie und Euphorie so sehr beflügeln, dass ihr die Bodenhaftung verliert. Bitte schaut genau hin und macht in eurer Begeisterung nicht gleich Pläne, bevor ihr eine ausgereifte Entscheidung getroffen habt. Finanziell kann euch der Übertreibungsaspekt von Jupiter und Neptun dazu verführen, auf unrealistische Renditeversprechungen hereinzufallen oder euch an Spekulationen zu beteiligen, die wenig Substanz haben. Also Vorsicht! Und so sieht der Jupiter-Transit für die Krebsgeborenen und Krebsaszendenten aus. Jupiter bildet aus dem Schützen heraus keinen Hauptaspekt zur Krebssonne. Er wandert durch euer sechstes Sonnenhaus der Gesundheit und des Jobs und kann euch dort gut unterstützen, vor allem wenn ihr selbst in einem Heilberuf tätig seid. Es bietet sich auch an, den Jupiter-Transit zu nutzen, um etwas Gutes für euch zu tun. Zum Beispiel durch eine Ernährungsumstellung oder indem ihr euch eine Kur gönnt, denn alle Aufbaumaßnahmen werden jetzt gut wirken. Generell kann eine Reise euch auch gesundheitlich gut tun. Das sechste Haus steht auch für euer Berufsumfeld. Wahrscheinlich seid ihr im Job beliebt und habt eine angenehme Arbeitsumgebung. Ihr findet schnell Anschluss unter euren Kollegen und baut einen persönlichen Kontakt auf. Andere fühlen sich wohl in eurer Gesellschaft und arbeiten gern mit euch zusammen. Und wir kommen zu den Löwegeborenen und Löweaszendenten. Freut euch auf kosmischen Rückenwind durch Glücksplanet Jupiter. Ihr seid beliebt und bekommt wahrscheinlich viele Einladungen für schöne und aufregende Aktionen mit den Leuten, die ihr mögt. Jupiter läuft durch euer fünftes Haus der Romantik und der Lebensfreude und dort bringt er Fülle und Wachstum hinein. Ihr könnt also eure Beliebtheit und viele romantische Stunden genießen. Auch schöne Erfahrungen mit euren Kindern oder gegebenenfalls Enkelkindern sind angezeigt. Singles haben wahrscheinlich mehr als nur einen Flirtkandidaten am Start. Die meisten Löwen bevorzugen jedoch eine monogame Beziehung. Besonders für Löwefrauen kann die Entscheidung für einen der vielen Kandidaten zu einigen Stress führen. Zumal Jupiter über weite Strecken eben in dieser Spannung zu Neptun steht, was heimliche oder mehrfach Beziehungen fördert. Auch wenn ihr schon gebunden seid, kann es euch passieren, dass jemand unverblümt Interesse an euch zeigt. Auf der anderen Seite liebt ihr es natürlich, im Zentrum der Aufmerksamkeit zu stehen. Deshalb genießt es, aber passt auf, wem ihr euer Herz schenkt. Und jetzt schauen wir bei den Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Für euch läuft Jupiter durch euer viertes Sonnenhaus des Heims und der Familie. Das spricht dafür, dass ihr Sinn und Glück daraus schöpfen könnt, den Familienzusammenhalt zu pflegen, sei es eure Herkunftsfamilie oder die Familie, die ihr selbst gegründet habt. Auch der Umzug in ein schönes neues Heim kann anstehen oder der Kauf einer Immobilie. Die Spannung zu Neptun zeigt allerdings an, dass ihr sehr genau hinschauen müsst. Vielleicht können euch eure Lieben in Gesprächen helfen, eure Pläne auf Realitätstauglichkeit zu überprüfen. Nicht immer lassen sich alle eure Wünsche und Pläne mit dem Alltag unter einen Hut bringen. Und so kommt es, dass manche oder mancher Jungfraugeborene davon träumt, durch eine Romanze aller Pflichten und Probleme enthoben zu sein. Tatsächlich steht ja der Neptun in eurem Partnerhaus und für Singles können sich wirklich ganz tolle Romanzen ergeben. Das kann der reinste Liebestraum sein. Aber wenn sich Anzeichen zeigen, dass da was nicht stimmt, dürft ihr das nicht verdrängen. Wenn die andere Person aber vertrauenswürdig ist, kann es die ganz große Liebe werden. Und jetzt geht's weiter mit den Vagegeborenen und Vageaszendenten. Für euch geht der Glücksplanet durch das dritte Sonnenhaus und bildet einen positiven Aspekt. Er verspricht schöne, neue und anregende Kontakte in eurem unmittelbaren Lebens- oder Arbeitsumfeld. Der Umgang mit den Nachbarn macht Freude und man unterstützt sich gegenseitig. Vielleicht lernt ihr auch über die Schule, eure Kinder, nette Leute kennen. Oder indem ihr selbst etwas lernt, zum Beispiel eine neue Sprache oder in einem Hobbykurs. Falls ihr Freunde habt, die auf der ganzen Welt verstreut sind, werden die sich wahrscheinlich bei euch einfinden und euch besuchen. Wenn ihr Geschwister habt, dürfen die Beziehungen zu ihnen aufleben. Singles haben viele Kontaktmöglichkeiten in der direkten Umgebung. Deshalb haltet die Augen auf im Café, beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Arbeit. Auch beruflich ist der Jupiter Transit günstig für euch, vor allem wenn ihr im Marketingbereich oder als Vortragsrednerin tätig seid oder journalistisch als Autorin oder Blogger. Wenn ihr selbstständig seid, ist 2019 ein gutes Jahr, um durch gezielte Werbung auf euer Geschäft aufmerksam zu machen. Und so sieht der Jupiter Transit für die Skorpiongeborenen und Skorpionaszendenten aus. Für euch geht Jupiter nun aus eurem eigenen Zeichen heraus und wandert in euer zweites Sonnenhaus des Geldes und der Werte. Das ist weiterhin ein sehr guter Einfluss und dadurch ist es wahrscheinlich, dass sich während dieses Transits eure persönlichen Finanzen und euer Wohlstand gut entwickeln. So mancher Skorpion darf sich über eine Gehaltserhöhung freuen und die kann höher ausfallen als erwartet. Wenn ihr selbstständig seid, dürften eure Umsätze steigen. So könnt ihr nun auch in ein größeres und teureres Projekt investieren oder eins verwirklichen, weil ihr es euch jetzt leisten könnt. Es ist auch ein gutes Jahr für Finanzinvestitionen und sogar Spekulationen. Und das funktioniert am besten, wenn ihr eine gründliche Analyse durchführt und dann euren Plan umsetzt. Und jetzt kommen wir zu den Heldinnen und Helden des Jupiter Transits, nämlich zu den Schützen und Schütze Aszendenten. Für euch ist das natürlich ganz wunderbar, wenn euer Herrscherplanet durch euer eigenes Zeichen bzw. euer erstes Haus läuft. Ihr befindet euch am Gipfelpunkt des zwölfjährigen Jupiter-Zyklus mit großartigen Möglichkeiten für Erfolg, Lebensfreude und glückliche Fügungen. Dabei ist es wichtig, dass ihr auch eure Grenzen kennt, denn zwischen Januar und September 2019 macht es euch die Spannung zu Fantasieplanet Neptun teilweise schwer, realistische Entscheidungen zu treffen, sowohl in der Liebe als auch beruflich. Mit grenzenlosen Optimismus geht ihr neue Freundschaften oder Flirts ein. Ihr lebt den Moment und genießt die schönen Gefühle und die Vision einer glorreichen Zukunft. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, könnt ihr euch tatsächlich heiß verlieben. Damit es nicht zu Enttäuschungen kommt, nehmt euch die Zeit, weise zu entscheiden und verhaltet euch vertrauenswürdig. Und achtet darauf, mit wem ihr euch auf was einlasst, denn viele Menschen kommen auf euch zu, weil ihr so attraktiv und charismatisch seid. Auf der körperlichen Ebene kann der Jupiter-Einfluss dazu führen, dass ihr leichter zunehmt, denn er bringt eben auch körperlich Fülle und Wachstum. Während des Jupiter-Transits solltet ihr nicht gerade eine Diät machen, aber ihr solltet euch gesund ernähren und auf Fastfood und andere Dickmacher verzichten. Und wir kommen zu den Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Für euch wandert der Glücksplanet in das zwölfte Haus der Abgeschiedenheit und Spiritualität. Er zieht sich also gewissermaßen zurück. Dadurch übt er als Glücks- und Erfolgsfaktor einen eher subtilen Einfluss aus. Ihr spürt aber nun vielleicht eine innere Führung, die euch leitet und eine Orientierungshilfe gibt. In stillen und abgeschiedenen Momenten habt ihr besonderen Zugang zu höheren Einsichten, was euch auch mental stärkt. Falls noch nicht geschehen, solltet ihr versuchen, Meditation und Yoga in euren Alltag zu integrieren. Das tut euch auch deshalb gut, weil ja Saturn durch euer eigenes Zeichen läuft und das kann zur Versteifung und Verhärtung führen. Yoga und Meditation können euch zu mehr Durchlässigkeit und Gelassenheit verhelfen und Jupiter kann euch dazu motivieren, in dieser Hinsicht was für euch zu tun. Insofern könnt ihr die Meditation sogar als Gesundheitsvorsorge betrachten. Auch das Führen eines Tagebuchs und die Beschäftigung mit guten spirituellen Büchern oder Filmen wird euch auf jeden Fall guttun und euch inspirieren. Und jetzt schauen wir für die Wassermanngeborenen und Wassermann-Ascendenten. Für euch bildet Jupiter einen positiven Aspekt und er wandert durch euer elftes Haus der Freundschaften. Ihr seid beliebt und könnt euren Freundeskreis erweitern. Die Menschen sind einfach gern in eurer Nähe, weil sie eure freundliche und witzige Art mögen. Reisen, ob in die Ferne oder Kurztrips, stehen unter guten Sternen. Nehmt euch vor, Freunde und Familienmitglieder zu besuchen, die weiter weg wohnen. Wenn ihr Single und auf der Suche seid, ist es ein wunderbares Jahr mit Jupiter, um neue Freunde zu finden und aus Freundschaft kann Liebe werden. Auch wenn ihr euch sozial engagiert, zum Beispiel in der Politik oder in einer Interessengruppe, ist das eine Quelle interessanter Begegnungen. Und auch beim Internet-Dating könnt ihr erfolgreich sein. Wenn ihr fest liiert seid, werdet ihr das Jahr genießen, indem ihr mit eurem Schatz den gemeinsamen Freundeskreis pflegt und gemeinsam neue Freunde kennenlernt. Es wird bestimmt mehrere große Feste geben, bei denen ihr eingeladen seid und alle wieder treffen könnt. Und jetzt schauen wir noch für die Fischegeborenen und die Fische-Ascendenten, wie der Jupiter-Transit wirkt. Für euch aktiviert der Glücksplanet das zehnte Sonnenhaus der Karriere. Deshalb ist das Potenzial für Erfolge groß, wenn ihr genug Disziplin aufbringt. Denn zwischen Januar und September erlebt ihr ja die Spannung zu Neptun und der steht bei euch im Zeichen. Deswegen kann es Zeiten geben, in denen ihr euch treiben lasst und nur noch im Genuss schwelgen wollt und die Vorsicht und die Realität außer Acht lasst. Beruflich müsst ihr auf die Details achten und Verträge und Vereinbarungen gegebenenfalls mit professioneller Hilfe überprüfen. Und macht bei Verhandlungen nicht zu viele Zugeständnisse. Eure Arbeit und Kreativität sind mehr wert, als ihr vielleicht denkt. In der Liebe blüht eure romantische Ader. Wenn ihr fest liiert seid, könnt ihr das zum Beispiel bei einer gemeinsamen Reise genießen. Am besten in einer exotischen Umgebung am Meer oder an einem See. Wenn ihr Single seid, könnt ihr euch unsterblich verlieben. Damit es nicht zu Enttäuschungen kommt, seid wählerisch und lasst euch Zeit. Euer Herzensmensch sollte nicht nur romantisch sein, sondern auch vertrauenswürdig. Das waren meine Gedanken über den Jupiter-Transit durch das Zeichen Schütze und seine Begegnung mit Neptun in den Fischen. Es lohnt sich auch noch mal in eurem individuellen Horoskop zu schauen, wo sich der Jupiter jetzt befindet und ob ihr die problematischen Aspekte von Neptun und Jupiter empfangt oder besondere Glücksaspekte. Und das kann man nur in einer persönlichen Beratung klären. Dafür ist ja mein Beratungsgeschenk da. Die Infos und den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und mich erreicht ihr wie immer auf meinem Kundentelefon oder über meine Homepage. Und alle Infos verlinke ich hier auf der Infokarte und auch noch mal unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, werdet ihr automatisch benachrichtigt, wenn ich die nächsten Videos hochlade. Dazu bitte einfach hier klicken. Auf jeden Fall möchte ich euch mein Special über den Mondknoten im Krebs ans Herz legen. Und weiterhin aktuell und wichtig sind auch die Videos über Saturn im Steinbock und über den inneren Heiler Chiron. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.